Wir haben den 31. Januar. Nein, der 30. Januar. Hier steht der 30. Januar 2023. In der Woche war ich zu Hause, konnte ich nicht raus. 15.56, 157.618 km. 261.9 ist der Trip. Bis zum Ende Januar oder Mai darf ich noch mit dem Alter ausgehen. Ich denke, bis zum Ende Januar oder Mai darf ich noch mit dem Alter ausgehen. Dann muss ich die Vignette fahren. Und dann müssen wir diese wechseln. Das mache ich dann auch. Ich glaube, das ist gut. Bis zum Ende Januar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020